Ja gut, dann haben wir das alles bei 20 Years on MTV. Hier ist wieder eure weiße Unschuld vom Lande. Wir haben die Folge 11 der zweiten Staffel des Jahres 1991. Erstmal unser historischer Almanach hier, was ist alles passiert in dem Jahr. Klar, der Golfkrieg, erinnert euch noch dran, ist auch schon verdammt lange her. Ich dachte gar nicht, dass es schon so lange her wäre, aber tatsächlich, das war 1991. Dann die Auflösung des Warschauer Pakts, auch in diesem Jahr. Der letzte Wartburg rollt vom Band in Eisenach. Michael Stich gewinnt Wimmelton, interessanterweise im Finale gegen Boris Becker. Bei den Damen gewinnt man wieder Steffi Graf. Kaiserslautern wird deutscher Meister. Und Freddie Mercury stirbt am 24.11. im Alter von 45 Jahren an den Folgen seiner Aids-Erkrankung. Ja, was habe ich gemacht 1991? Mehr schlecht als recht studiert. Wenn mich Leute heute fragen, sagt mal, studieren, bringt es das noch? Sag ich gerne mal, jein. Also bis heute hat mich niemand gefragt, ob ich studiert habe, geschweige denn was, geschweige denn mit welchem Abschluss. Aber hey, das soll kein Gradmesser sein. Man hat eine schöne Zeit, verdient steuerfrei Geld und kann ausschlafen. Was will man mehr? So Herrschaften, jetzt zur Musik. Wir kommen zu Marky Mark and the Funky Bunch. Ja, da schnallt ihr jetzt eigentlich erstmal an in den Augen im Wohnzimmersessel, ne? Das bringt er tatsächlich, ja. Marky Mark. Erstmal war er ja nur der jüngere Bruder von Donnie Wahlberg, dem Typen von New Kids on the Block. Aber Mark Wahlberg, der hat dann richtig losgelegt. Erstmal seine Hip-Hop, Rap, Pop-Karriere und dann, eigentlich auch viel interessanter, seine Schauspielkarriere. Und da haben wir ihn ja gesehen und bewundert in Boogie Nights oder Three Kings oder, wo war er noch dabei, Perfect Storm und viele, viele andere. Ja, dann wollen wir jetzt mal loslegen. Marky Mark and the Funky Bunch und Good Vibrations. Das war ein U2 mit The Fly. Davor haben wir gesehen, D-Light mit Groove is in the Heart. Auch heute noch Bestandteil eines guten DJ-Sets. Ist ein Klassiker, ganz klar. Nochmal ein paar Worte zu U2. Sie waren ja so ein bisschen in der Sackgasse geraten musikalisch nach Joshua Tree und Rattle and Hum. Aber dann, Anfang der 90er, ein neues Album, das sich da nannte Achtung Baby. Und damit haben sie sich eigentlich komplett neu erfunden. Das erste Mal Dance-Elemente auf einem U2-Album. Am Anfang die Fans sehr, sehr skeptisch. Aber mittlerweile kenne ich viele U2-Fans, die sagen, Achtung Baby, ist zusammen mit Joshua Tree meine Lieblingsplatte von denen. Ist ja auch ein spitzen Album. Und The Fly war die erste Single daraus. So, jetzt gibt's eine kleine Pause und danach geht's dann weiter mit etlichen anderen Kacheln aus dem Jahr 91. Seid gespannt. Das waren The Farm mit All Together Now. The Farm kam ja aus Manchester. Und sie standen zusammen mit ein paar anderen Bands, zum Beispiel wie den Happy Mondays, Inspired Carpets, Charlatans, Stone Roses. Einen ganzen Schwung gab's da für eine bestimmte Sorte Musik, die nur aus dieser Stadt kam. Das hieß dann auch demzufolge Manchester Rave. Die Idee dahinter, man mischt Britpop mit Dancebeats. Also so richtig dancey war das jetzt ja auch nicht, aber es war immer so eine richtig umfe Drummaschine dabei. Oder halt echt Groove betont. Im Gegensatz zu anderen weniger groovenden Sachen. Und das Ganze entwickelte sich da in der Hacienda in Manchester, ein reiner Danceclub eigentlich. Aber da hingen dann die Gitarrenjungs immer rum und haben sich gedacht so, hey, können wir auch. Wir haben auch Groove. Und das kam dabei raus. Jetzt geht's weiter mit Chris Isaac. Den gibt's zwar schon sehr, sehr lange, aber er hat viel, viel Anlauf gebraucht, um endlich mal ein Hit zu landen. Und sein erster Hit war richtig Wicked Game. Spitzenvideo, gedreht von Herb Ritz, der eigentlich ein sehr, sehr renommierter Modifotograf ist. Und da hat er sich gedacht so, hey, schlepp ich doch gleich eins meiner Schäfchen an, nämlich Helena Christensen. Und das war eigentlich erst so der Durchbruch für sie als Model. Also ein echter Augenschmaus. Hier ist Chris Isaac, Wicked Game. Das war ein Simply Red mit Stars. Jetzt kommen wir zu Guns N' Roses. Sehr oft gewünscht bei 20 Years on MTV. Sie waren ja Dauergäste eigentlich so. Auch mit Songs vom ersten Album Appetite for Destruction. Und nach diesem Album, da ging ja alles irgendwie drunter und drüber bei ganzen Roses. Streit in der Band, Drogengeschichten, etc. pp. Und irgendwann haben sie es dann mal geschafft, ein einmaliges Projekt in der Musikgeschichte zu realisieren. Nämlich zeitgleich zwei Doppelalben zu veröffentlichen. Ein Mammutprojekt. Ich habe irgendwann aufgehört, die Songs zu zählen. So viele waren das. Aber es musste ja irgendwann mal auch eine erste Single geben. Und die hieß You Could Be Mine. Und die wurde auch noch gleichzeitig verwendet für den Soundtrack zu Terminator 2. Regier, der Kollege, der auch bei Titanic Regie geführt hatte. Der Herr Cameron. Richtig. So, und hier sind Guns N' Roses. Das war ein EMF mit Unbelievable. Die hätte man auch noch nennen können, hier bei Manchester Rave. Wie gerade bei The Farm, die wir vorher gesehen haben. Spitzenband auch. Allerdings mehr oder weniger ein One-Hit-One-Day. Es kamen noch so zwei, drei so halbgare Dinge hinterher. Aber Unbelievable bis zum heutigen Tag ein Riesenhit. Jetzt geht es weiter mit R.E.M. Die gibt es ja schon saulang. Gegründet 1980 in Athens, Georgia. 1982 erschien ihr erstes Album. Und dann gab es auch bald so kleinere Hitsingles. The One I Love zum Beispiel. Oder It's the end of the world as we know it. Aber sie waren eher so in College-Kreisen beliebt. So richtig in der Hitparade. Eigentlich nicht. Aber dann. 1991 erschien das Album Out of Time. Und das war natürlich das kommerziellste von R.E.M. Bis zu diesem Zeitpunkt. Und das gründete sich vor allen Dingen auf die Singles. Losing My Religion und Shiny Happy People. Kommt jetzt. Das war Naughty by Nature mit OPP. Eine Riesen-Nummer eigentlich. Wir werden ja gebeten, dass wir mehr Oldschool Hip-Hop spielen sollen. Wir werden auch gebeten, dass wir mehr Oldschool Indie-Rock spielen sollen. Oder mehr Oldschool Metal. Oder mehr Oldschool irgendwas. Will damit sagen, hört nicht auf damit, uns eure Listen zuzumailen. Das ist Wahnsinn, was wir da bekommen. Also wirklich so jahreweise aufgelistet. Und dann immer so 20, 30 Songs, die in dem Jahr in der Hitparade waren. Oder die in dem ja irgendeine Relevanz hatten. Und dann versuchen wir halt, das so gut wie möglich einzubauen. Also ihr werdet heute auch wieder viel erkannt haben. Einzelne von euch Sachen, die ihr unbedingt sehen wolltet. Die dann heute schon in die Sendung gesneakt wurden. Also, einfach am Ball bleiben. Markus Kafka at MTV.de. Dahin mit den Listen. Und ihr könnt nach wie vor auch gerne mir von euren Erlebnissen aus der guten alten Zeit berichten. Was ihr in den 80ern, in den 90ern erlebt habt. Irgendwelche skurrilen Storys. Und die werde ich dann hier zum Besten geben. Das war es erstmal mit Folge 11 der zweiten Staffel, dem Jahr 1991. Nächste Woche 92. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.